Wand sitzen, statische Übung für die Oberschenkel. Ihr nehmt euch eine freie Wand, positioniert euch, achtet darauf, dass ihr nicht wegrutscht, deswegen ist das Barfuß manchmal sinnvoller. Kopf ist an der Wand, Schulterblätter sind an der Wand, Hinterrutsch an der Wand. Bei der Position in der Tiefe, Leute sitzen immer 90 Grad. Ihr könnt auch mal etwas tiefer sitzen als 90 Grad und ihr könnt genauso auch höher sitzen als 90 Grad. Höher ist leichter, tiefer ist schwerer. Ihr könnt euch aber genauso auch Gewicht nehmen, das hier oben auf die Oberschenkel drauf liegt. Variiert in der Position der Kniewinkel.